Von Wilhelmsstraße 68 zu Wilhelmsstraße 65 zum neuen Gebäude, zum neuen Gebäude, zum Gebäude, zum Bundesland, in Gelb gehalten, wie gesagt, vermutlich schon jetzt an der Wählerung der FDP. Und der FDP-Gedächtnisweg, das ist grundsätzlich, vielleicht soll es aber auch, also ich habe mir schon gedacht, es könnte sein, dass es einfach symbolisiert, dass man auch ein bisschen Tagesdebit bekommt, also sozusagen die Tagesdebit symbolisiert, weil man ja, wenn es dann immer durch die Katakombe läuft. Ja, so ein neues Bildschirm. Das hilft. Hilf gegen Autos. So, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, dass, jetzt könnt ihr euch ja mal gucken, was ist mit einem Foktschuh rausgekommen, ja? Ja, der ist aber wirklich geil. Der ist ja wirklich geil. Wenn du so auf den Schuh rauskommst, ist das ja wirklich geil. Boah, krass, ne? Das ist ein krasses Licht. Ich vermute, dass es einfach Tagesdebit symbolisieren soll und, äh, dass man nochmal Licht sieht, aber ne, man ist ja kein, da gibt es ja kein Kunstkatalog, ja, das erklärt. Ne, aber es gibt Kunstführung. Ja, ja, das gibt es. Ähm.